Was könnte ich anderes tun in der Zeit, wo ich fernsehe? Hausarbeit fällt mir ein, etwas Kreatives, Malen, Schreiben, Musizieren, Basteln, mich mit jemandem unterhalten, jemanden anrufen, besuchen oder an jemanden denken, etwas lesen, etwas spielen oder anders etwas lernen. Das ist ja eine endlose Latte an Möglichkeiten. Warum nutze ich die dann nicht? Genau. Worauf weist uns das nun hin? Der Mensch ist von Natur aus faul und träge. Nein, ist er nicht.